Und gleich mal wieder rein, um den dritten Sternenring zu finden. Wir wissen ja jetzt, wo er war. Ich hol dich, du Sternenring, rotes Etwas. Sorry Leute, wenn es jetzt gerade echt nicht so spannend ist und ihr immer wieder dasselbe Level seht. Aber wir müssen ja schließlich auf den Nenner kommen hier. Und das heißt für uns natürlich, wir müssen gucken, dass wir die ganzen roten Ringe einkommen sind, damit wir das Spiel auch zu 100% schaffen. Und naja, würde ich nicht so fählen, würde es schneller gehen, gebe ich ganz aufmoderlich zu. Aber naja, sind ja alle nicht perfekt. So, das heißt jetzt, ab jetzt heißt es oben halten. Immer schön oben halten, sanne ich. Oben halten. Immer oben halten. Immer. Immer, 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 immer oben halten. Oh, oh. 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 Dagegen klatschen. Verdammt. Okay, gleich nochmal. Ja, wir haben ja ein paar Versuche. So ist es nicht. Ich finde die Musik echt super, Leute. Die wird zwar, glaube ich, bemerkt. An meiner Laune. Und. Jawollski. Und hoch. Und hoch. Jawoll. Jawoll. So muss das aussehen. Und nicht anders. Und. 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 Nein, jetzt bin ich nicht gehüpft. Oh Mann. Oh Mann. Das schaffe ich schon und dann hüpfe ich nicht. Was bin ich denn für ein Horst? Oh Mann. Oh Mann. Ah ja. Dann gleich nochmal. Übung macht den Meister. Würde ich sagen. Hui. Immer wieder mit Schwung hier durch. Und hoch. Und dann hänge ich wieder da an der Wand. Voll die Frontalklatsche. Mal wieder. Wow. Und. Dich nehme ich natürlich wieder mit. Weil du gerade so doof da bist. D. 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 D te. D. 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 Zeit. 候. Nein. Gibt es doch nicht. Der Feuer ist doch immer auf Anhieb geschafft. Und jetzt hat wieder. Bäm. Voll wieder dagegen geklatscht. Klar. Natürlich. Was auch sonst. Oh Mann. Wow, wow, wow. Und jetzt, und. Das gibt's doch nicht. Nein, 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 boah. Da war schon wieder der Überspringer. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte diesen doofen roten Ring haben. Schaffen würde ich ja das Level. Das ist ja nicht das Problem. Ich möchte den scheiß roten Ring haben. Wo ich einfach bloß zu doof dafür bin, dass ich da die scheiß Türe aufmache. So. Und hüpf. Und hüpf. Und drüber. Und hüpf. Und schwung. Und hüpf. Und dann klatsche ich da dagegen. Aber ich kann aber auch nicht nach unten. Okay, das wird komplizierter, als wie ich mir das vorgestellt habe, Leute. Okay, 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 okay. Hier drüber. Da wird mir nicht so ganz so viel Schwung haben. Das reicht nicht aus. Da muss ich ein bisschen früher abhüpfen. Da muss man früher abhüpfen. Okay. Gut zu merken. Bisschen früher abhüpfen. Und dann haben wir ihn auch. Also das hoffe ich, dass ich jetzt endlich haben werde. Das kann ja nicht angehen hier, dass ich das nicht hinkriege. Ich habe jetzt dann alles so weit geschafft und dann scheitere ich an sowas Popling. dass ich das Ding da nicht treffe. Oh Mann. Und wo ist man denn da abhüpfen? Gibt's doch nicht. Ich sehe schon, das Level macht mich noch game over. Ich sehe es doch schon kommen. Und hier drüber. Hier drüber. Hier drüber. Und drüber. Und drüber. Und euch nimmer. Nein. Jetzt falle ich da runter. Jetzt falle ich da runter. Es darf doch echt nicht wahr sein. Das Spiel will mich doch verkack eiern. Es geht's doch echt nicht anders. Oh Mann. Leute, das Spiel will mich gehörigst verarschen. Finde ich nicht nett. Und hier drüber. 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 Hier drüber. Und. Ich habe das Ding nicht. Leute, was soll ich denn da machen? Wenn ich nach hinten drücke, vielleicht dann wird er glaube ich ein bisschen langsamer von der Flugweite. Da kann ich den im Flug vielleicht noch ein bisschen runterbremsen. Und das probieren wir jetzt mal. Probieren wir mal. Hoffentlich haut das in. Ja Mann, ich komme auf solche Ideen aber auch immer erst so früh. Oh Mann. Ich könnte mir selber eine reinhauen ab und zu. Dass ab und zu vielleicht mal irgendwas wachrüttelt da drin. Nein, 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 warum, warum, noch neun Versuche. Oh Mann, das könnte hängen werden. wenn es so weiter geht wird es echt noch eng das spiel macht mich echt fertig leute das macht mich sowas von fertig und jetzt klatsch ich da wieder dagegen es darf doch echt nicht wahr sein es darf echt nicht wahr sein da braucht man eigentlich nur seine handhilfe momentan außer an der einen stelle wo ich so blöd bin es gibt es doch echt nicht ich hüpfe und springe perfekt durch dieses level und dann scheitere ich an einzelnen blöden geschissenen sternen ring es darf es doch echt nicht wahr sein und vor allem der ist nicht einmal so schwer ich bin einfach bloß zu doof ich weiß es nicht es gibt es echt nicht was fast 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 aber es funktioniert so wie ich mir das gedacht habe genau so funktioniert das das muss ich bloß noch das richtige timing finden damit ich den regel da erwische oder ich noch mal die chance habe noch mal drauf noch mal hoch zu springen voll erwischt natürlich und hier hier drüber hier drauf hier rüber hier rüber hier rüber über die bienen hier rüber hier rüber und absprung langsamer werden und natürlich den roten ring nicht erwischt naja das kann jetzt so munter weitergehen oh man bin ich jetzt mal gespannt wie lange ich hier noch feststecken werde an diesen einen doofen ring dass sie echt so die ringe irgendwie so doof platzieren müssen das gerade extra schwer ist aber schön mit der ruhe sehen wir mal den booster langsamer und voll treffer jawohl ah endlich so jetzt müssen wir bloß noch das level einfach nur beenden einfach nur das level beenden nein ich bin so doof ich bin so doof habe ich den jetzt habe ich den ja ich habe ihn ich bin so hoch okay jetzt habe ich schon kurz panik geschoben wow was war ich denn man muss auch halsbrecherische sachen hier jetzt jetzt muss ich nach ich will doch einfach nur das level beenden Ah wow 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 schnellstiel schnellstiel wow sehr schön boah Leute war das ist ne Aktion ey leck mich doch fett um verwundbarkeit nehmen wir jetzt einfach mal mit alles klar dann gehen wir gleich mal weiter kürzene vor und sie haben wir den ersten roten ring nicht ich weiß aber auch nicht warum stellt sich jetzt die frage wo könnte dieser rote ring sein könnte er hier sein wenn ich alle gegner besiege ist er offensichtlich irgendwo das ist jetzt die frage sobald ich nämlich schon wieder am zweiten bin dass ich die sache nämlich erledigt rakete dann schauen wir mal es würde hier was geben aber ich habe irgendwo noch einen ballon gesehen da da müssen wir uns wahrscheinlich dagegen schießen und dann kommen wir wahrscheinlich zum ersten roten ring schätze ich jetzt einfach mal so rakete und wenn ich jetzt richtig liege müssen wir genau von hier aus hin kommen hallo ja toll super du hast deine ältesten nicht respektiert du hast deine ältesten nicht respektiert du hast die älter grün schnabel nun wirst du ernten was du dir selbst achte ähm ja toll jetzt haben wir hier schon mal die gegner fast alle kaputt jetzt haben wir hier schon mal die gegner fast alle kaputt aber auch nur fast alle kaputt aber auch nur fast weil die doofe ananas wieder nicht so will wie ich das will so jetzt haben wir wieder eine rakete so gibt es hier von hier aus wahrscheinlich da gibt es jetzt zwei unterschiedliche äh ja mal den entfernt darin ähm da wird es jetzt noch mehr möglichkeiten geben das ist jetzt mies weil ich nicht weiß wo ich hin muss das war jetzt irgendwie bloß ein bonus ding wo es Ringe gibt wo könnte denn dieser doofe rote ring sein leute wo könnte denn der sein ich glaube ich habe es eh schon wieder vollkommen vergeheigt so wie ich mich kenne da war ein Leben also ich sehe hier auch nichts wenn ich ehrlich bin außer das was da vorne ist dass ich das anschieße und so wie es ausschaut gibt es da keinen roten ring aus das ist hier die glocke aber das das glaub ich nicht ähm doch das war lol man war das einfach ich bin ab und zu echt ein bisschen komisch warum mache ich das nicht gleich am anfang mal war wieder so geil aufs nächste level dass ich was schnell durch wollte so wie ich mich wieder kenne okay ah genau der abschnitt aber da haben wir jetzt ja alles das finde ich sehr geil und es ist auch gespeichert ja oh jetzt hüpfe ich da wieder rein oh ich bin ab und zu hm 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 de die 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 weiite wir kommen eigentlich ganz gut voran das finde ich echt genial hm 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 Ich will nicht schnau-schau-obst, wie ein schlusses Geholtes Unknaut Den haben wir auch schon Und Boost! Woa! Woa! Kommt auf einmal so eine Krake aus dem Wasser geschossen und möchte mich umbringen Neau! Ähm Öl 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 Ah, da war ein Booster, jetzt wollte ich schon sagen, wie soll ich denn sonst so hochkommen, wenn der Wand laufen nicht geht Äh, ihr blöden Affen, ihr Ihr geht's mir gehörigst auf die Eier Öl 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 Haha Das macht mir nichts aus, wo Aber fast Doberfisch Böser Fisch Aua Aua Lass mich Bin schon weg Nyauuuunnnnnyauuuunnnnnnnyauuuunnnnnyauuuuuunnnnnnnyauuuunnnyauuuun So Jetzt kommt der doofle Fischifisch Hauwap Au Au Au! Ich will doch einfach nur in das nächste Level kommen, ohne dass ihr mich nervt. Ist das zu viel verlangt? Ach, Upi. Ach, das Fruchtschild. Das hilft dir auch nichts. Ich bin einfach zu OP. Er ist schon wieder weg. Wahrscheinlich. Wohin ist er denn? Mann, hey, das hasse ich so, das hasse ich so. An der Rakete, weil du weißt nicht, wo du das einsetzen sollst. Und ihr könnt mich mal am A lecken. So sieht's aus. Ja, ich komm schon. Ähm. Und was? Ähm, ja. Ja. Okay. Äh, oh. Oh. Oder gemeint. Rakete. Ähm, Luftballon. Und weiter. Neuuu. So. Glaubst du, ich hab mir bisher Mühe gegeben? Glaubst du, ich hab mir bisher Mühe gegeben? Muhaha. Jawoll. Geschafft. Supergeil. 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 Supergeil.